Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Euer Anspruch, ja, unsere Leistung. Unsere Leistung, lasst uns heute darüber reden. Thema, die letzte Generation. Wir sehen es hier. Sie blockieren Privatjets und das Rollfeld. Hunderte Klimakaoten stürmen dem Flughafen Schiphol. Schiphol ist in Holland. Das ist der Flughafen bei Amsterdam. Wir wollen heute einmal über die Strukturen reden. Und da, wie der Hintergrund ausschaut, wie das funktioniert. Denn viele, die meinen, das sind ein paar Heranwachsende, die sich da auf die Straße setzen oder die Tomatensuppe gegen Bilder werfen oder sich festkleben oder an Bildern oder an teuren Fahrzeugen oder die Wände von Parteibüros oder Sendern beschmieren. Nein, das sind Strukturen. Darüber möchten wir euch heute aufklären. Lasst uns mal beginnen. Struktur und Finanzierung, so funktioniert die letzte Generation. Sie blockieren Straßen und ernten Empörung. Wer hinter die Kulissen der Klimagruppe letzte Generation schaut, entdeckt penible Strukturen und ein internationales Unterstützer-Netzwerk. Und das ist ein Aspekt, der ist umso wichtiger. Denn wir erleben ja, dass die Politik hier sehr nachsichtig damit umgeht. Man möge sich nur mal vorstellen, zu Zeiten der Corona-Proteste hätten Menschen die Straßen blockiert. Ich glaube, da wäre mit anderer Brutalität vorgegangen worden. Ich glaube nicht, sondern ich sage, da wäre mit anderer Brutalität vorgegangen worden. Und man hätte keinerlei Rücksicht genommen. Man hat es ja erlebt, alte Menschen sind vom Fahrrad gerissen worden. Denen sind Handschellen angelegt worden. Aber hier scheint es wirklich so zu sein, dass man auf diesem Auge blind ist. Nochmals, um es deutlich zu sagen, junge Menschen haben das Recht, ihre Meinung zu sagen. Sie wollen ja auch noch morgen auf dieser Welt leben. Aber entscheidend ist, wie sie es tun und welche Strukturen dahinter stecken. Und das sind Strukturen, die aufzeigen, das sind verwöhnte Millionäre, die geerbt haben, die hier etwas durchsetzen wollen. Für viele dafür halten, nicht um etwas zu verbessern, nein, um letztlich eine Ideologie umzusetzen, die oft mit dem Klimaschutz oder mit den verbundenen Zielen, dass alle Menschen gleich leben können, nichts zu tun haben. Wenn wir uns das bitte anschauen, ihr Klimaprotest hat spätestens letzte Woche seine Unschuld verloren. Wir erinnern uns, in Berlin ist eine Radfahrerin unter dem Betonmischer gekommen. Sie hatte es erst für Hirntod erklärt, für Hirntod erklärt wurden. Und dann abends hat die Polizei dann erklärt, sie ist verstorben. Es ist erstaunlich, dass relativ schnell die Tagesschau dann berichtet hat. Also der Tod der Frau hat nichts mit den Sitzblockaden der letzten Generation zu tun. Das schwere Gerät hätte auch nichts mehr genützt. Es ist erstaunlich, man möge sich auch hier vorstellen, es wäre eine andere Gruppierung gewesen, die nur am Ansatz bürgerliche Meinung vertritt, also rechte Meinung. Ja, dann wären die Teste wesentlich größer gewesen. Das ist schon erstaunlich. Wenn wir uns dann anschauen, es heißt hier im letzten Abschatz, wie funktioniert die letzte Generation? Dabei wird klar, dass es sich nicht um einen unkoordinierten Verbund von Langzeitstudenten handelt, sondern um einen durchorganisierten Zusammenschluss von Profiaktivisten, die genau wissen, was sie tun. Und das macht diesen Aspekt so gefährlich. Das ist eine Gruppe, die ist organisiert, ich möchte fast sagen, strategisch, militärisch organisiert. Wir werden das noch hören. Das macht sie gefährlich. Und die Einschätzung der Ampelkoalition, ob das Frau Faeser ist oder ob das Herr Scholz ist oder andere, sie gehen sehr liberal damit um. Wie sagte Herr Scholz nach der Situation, als das schwere Gerät nicht durchkam zu der Radfahrerin? Man spricht von Radfahrerin, es ist eine Mutter, verheiratet zwei Kinder, sie hinterlässt zwei Kinder, einen Mann, unseres Wissens nach war sie Lehrerin, aber darüber wird geflissentlich hinweggegangen. Das ist, es ist schlimm, die Situation. Und hier kann ich auch anschließend nochmal dazu sagen, jeder Lkw sollte einen toten Winkelspiegel haben und ein Warngerät, das sollte eigentlich gesetzlich zur Pflicht werden. Lassen Sie uns über die Entstehung der Gruppe reden. Zum ersten Mal traten die Mitglieder der Gruppe öffentlich im Bundestagswahlkampf 2021 in Erscheinung. Im Regierungsviertel riefen sieben Aktivisten einen Hungerstreik für das Klima aus. Damit wollten sie ein Gespräch über den Klimawandel mit dem Kanzlerkandidaten erpressen. Und sie hatten Erfolg. Olaf Scholz traf sich mit den Aktivisten zum Gespräch. Wir haben 18 Millionen Menschen, die noch tatsächlich netto in die Kasse einzahlen. Hat euch Olaf Scholz schon mal eingeladen zum Gespräch? Ich glaube, wenn wir in einen Protest gehen würden, wenn wir auf die Straße gehen, sind wir rechtsradikal. Wir sind Menschen, die demokratiefeindlich sind. Und das ist die andere Betrachtungsweise dieser sozialistischen, ökosozialistischen Regierung. Das heißt also, wenn ich eine Idee durchsetzen will, muss ich mir nichts anderes anhören. Und das ist ein schlüssiger Beweis dafür. Wenn wir uns dann bitte anschauen, dann heißt es, dabei hat die letzte Generation weiterhin keinerlei erkennbare Rechtsform. Es gibt weder einen eingetragenen Verein, noch ein Unternehmen oder eine angemeldete Marke. Im Impressum der Webseite der letzten Generation ist eine Privatperson eingetragen, Ingo Blechschmick, Mathematiker aus Augsburg. Er hat jegliche Kontaktversuche unbeantwortet gelassen. Das ist schon erstaunlich. Und wenn wir uns noch mal überlegen, es ist nirgendwo mit eingetragen. Es wird recht geschickt hier operiert. Und es sind keine Kinder, die hier auf der Straße sitzen, sondern es ist wirklich eine Organisation, die durchdacht ist und die in ihrer Form radikaler wird. Und ich erinnere mich an die Zeiten der 70er Jahre, als sich die Rote Armee Fraktion, die sogenannte RAF, gegründet hat, war in gleicher Form zu erkennen, wie sich da etwas entwickelt. Lasst uns mal zu den Strukturen kommen. Dort heißt es Bienen und Gärtner. Intern gibt es klare Rollen. Aktivisten werden danach kategorisiert, wie weit sie zu gehen bereit sind. Die sogenannten Ja's sind bereit, sich festnehmen zu lassen. Ja, mit Doppelkonrad stehen für Ja, aber kein Knast. Diese Aktivisten nehmen an Protestaktionen teil, aber nur so lange, bis ihnen Ärger mit der Polizei droht. Nein's unterstützen Logistik. Daran erkennen wir schon, wie hier eine Führungsstruktur vorhanden ist. Nun muss man ja auch sagen, wir kommen dann noch zur Finanzierung. Das kostet ja alles Geld. Hier sind konspirative Wohnungen angemietet. Hier trifft man sich, die Gruppen gehen nachher wieder auseinander. Wir hören hier, Moment, wir hören hier, bitte, das ist eben der Punkt, den wir auch immer gerne ansprechen. Wenn wir nachher zu den Strukturen kommen, hier, dieser Organisation, dann sehen wir, wir sind für den K.O. des Machtmissbrauchs von jeder Seite. Und Sie können uns unterstützen, liebe Zuschauer, das ist keine Bettelei, sondern das ist eine Notwendigkeit, um einfach Sendungen machen zu können, unser Equipment, die Mitarbeiter zu bezahlen. Denn wir werden weder von NGOs, von Staatsgeldern oder von Millionären unterstützt. Wir bekommen auch keine Zwangsgebühren. Also insofern ist es schön und ich sage danke, wenn ihr uns unterstützt. Ja, für die Durchführung ihrer Proteste bildet die letzte Generation Bezugsgruppen. Diese bestehen aus mehreren Ja's, also diejenigen, die auch bereit sind, ins Gefängnis zu gehen, auch Bienen genannt, die über die Dauer der Protestkampagne zusammenleben und eine Art Betreuer, der als Gärtner bezeichnet wird. In einem Podcast der letzten Generation erklärt eine Gärtnerin, wie stringent die Wohngemeinschaft geplant ist. Sie als Gärtnerin nehme nicht an Protestaktionen teil, sondern sie sei für das Wohlbefinden der Bienen zuständig. Zu den Gärtneraufgaben gehören Wächer waschen, einkaufen und kochen. Sie wisse, wen sie anrufen müsse, wenn eine Biene in Polizeigewahrsam komme und empfange freigelassene Aktivisten vor der gefangenen Sammelstelle. Tja, hat das eine Struktur, die uns an die RAF erinnert und an militärische Strukturen? Ich sage eindeutig Ja. Das ist schon sehr erstaunlich. Wie gesagt, hier sind keine Kinder. Ich warne nur davor, das zu sagen, wenn die eine Automobilmesse, wenn die ein Bild, wenn das, was wir erleben auf den Straßen in Deutschland, wir haben ja jetzt hier in Bayern, in München, die werden 30 Tage in Gewahrsam genommen. Ich glaube nicht, dass das ausreicht. Ich glaube, dass die Gruppe weitergehen wird. Und ich glaube auch, dass Körperverletzungen und Menschenleben in absehbarer Zeit dann keine Rolle mehr spielen werden. Und darauf sollten wir gefasst sein. Ob es die derzeitige Regierung ist, das möchte ich mehr als bezweifeln. Das Unterstützernetzwerk umfasse zudem einen Ermittlungsausschuss, an dem sich festgenommene Aktivisten wenden können und Psychologen der Gruppe Psychologistics for Future. Auch für den Fall, dass Aktivisten sich ausgebrannt fühlen, gäbe es Angebote. Freiwillige Unterstützer böten sogenannte Activity Visity, Retreats für Klimaaktivisten an. Dort sollen sich mehrere Tage lang in der Natur entspannen können. Das hat schon eine Struktur. Ich denke, das werdet ihr an dieser Stelle erkennen. Neben den Schenkungen von Privatpersonen, die bereits einen sechsstelligen Beitrag gespendet haben, wird die letzte Generation auch von Climate Emergency Found unterstützt. Die Stiftung wurde 2019 in Kalifornien gegründet, in den Vereinigten Staaten. Seither hat sie Millionenbeträge an die Gruppierung vergeben, die durch den zivilen Ungehorsam auf den Klimawandel aufmerksam macht. Millionenbeträge vergeben. Jetzt gehen wir mal etwas näher hinein. Ein großer Teil des Stiftungsvermögens stammt von dem Philantitrophen, wie heißt er, Elian Getty, Enkelin, die Dame, Elian Getty, Enkelin des Irrtikons John Paul Getty. Das war seinerzeit die Entführung, die eine Million US-Dollar bereitstellte. Der Filmregisseur Adam McKay, Don't Look Up, spendete 4 Millionen Dollar. Bis Ende September hat die Climate Emergency Found nach eigenen Angaben 3,5 Millionen Dollar an elf Gruppen aus verschiedenen Ländern überwiesen, die zu einem Herbstaufstand aufgerufen hatten. Darunter auch die letzte Generation. Die Frage, wie hoch die Zahlung für die deutschen Aktivisten genau ausfiel, wollte Klima Emergency Found, die noch weder die letzte Generation beantworten. 3,5 Millionen. Und ob das wirklich die Summe ist, die hier ausgezahlt wurde, wagen viele zu bezweifeln. Hier ist mehr Geld im Spiel. Deshalb nochmals, wenn wir um Unterstützung bitten, dann ist das nicht Bettelei, sondern ist es etwas, wo wir berichten, wo wir frei berichten, wo wir Diskussionsbedarf haben über diese Situation. Denn es haben schon andere versucht, das Staatsgefüge zu zerstören. Und wenn wir uns dann anschauen, Die Psychologin Margaret Klein-Salamon, Direktorin von Climate Emergency Found, sagte Welt am Sonntag, wir gewähren strategische Zuzüche für aufstrebende Organisationen, wie den Aufstand der letzten Generation, die die Öffentlichkeit aufrütteln wollen, um enormen Druck auf die Regierung auszuüben. Die letzte Generation gibt an, mit dem Geld Recruitment, Training und Weiterbildung für Aktivisten zu finanzieren. Netzwerk. Auffällig ist, dass alle Organisationen, die von Climate Emergency Found gefördert werden, sich derselben Protestform bedienen. Neben den allgegenwärtigen Straßenblockaden fehlt etwa auch die britische Gruppe für Just Stop Öl, zuletzt durch Lebensmittelattacken, auf Kunstwerke auf. Ja, das ist schon erstaunlich. Ich hätte mir gewünscht, wir haben hier jetzt die Weltklimakonferenz in Ägypten. Über 190 Staaten nehmen daran teil. Die sind wahrscheinlich alle mit dem Boot dorthin gekommen, mit dem Ruderboot, wenn alles andere wäre, nicht emissionsfrei. Es ist schon erstaunlich, von diesen über 190 Staaten beteiligen sich nur 21 schriftlich an den Vereinbarungen, was die Temperatur angeht, nämlich dieses Ziel zu erreichen von 1,5 Grad Erderwärmung. Es ist erstaunlich, das sind jetzt 14 Tage. Diese Delegationen sind ja riesig. Sie leben ja dort in exklusiven Hotels. Man fragt sich, sollten solche Leute nicht mit gutem Beispiel selbst vorangehen? Nochmal, von über 190 Staaten sind nur 21, die Papiere unterschrieben haben, die letztlich eine Art Verbindlichkeit haben, die Erderwärmung um 1,5 Prozent nicht, ja, die Erderwärmung nicht höher als 1,5 Grad, Entschuldigung, steigen zu lassen. Und das ist schon sehr erstaunlich. Ich halte vieles für eine Heuchelei. Nochmals, junge Leute haben das Recht, wie sie morgen noch leben, aber hier stecken Strukturen dahinter, die anderes im Sinn haben, als das, was sie vorgeben. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich bitte, dass ihr dieses Video teilt, unseren Kanal abonniert. Und wir sind auf zahlreiche Anregungen, für zahlreiche Anregungen sind wir dankbar. Und ich mache jungen Leuten auch den Vorschlag, wir können gerne diskutieren. Ich lasse mich gerne da belehren, über Ziele und Zwecke. Da sind wir offen. Ihr könnt uns gerne anschreiben über kontakt. hallo-meinung.de Nochmal, Protest ist möglich, seine Meinung frei zu äußern, aber das bitte für alle Gruppen. Und dann sollten diejenigen, die verantwortlich sind, hier keinen Unterschied machen, ob es bürgerliche Proteste sind oder von jungen Menschen, wo sie Angst haben, weil sie dann ihre Zielgruppen als Wähler verlieren würden. Danke, sagt der Peter Weber und das Team. 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 Vielen Dank.